oha oha alter wie krass ist das denn 360 grad auf facebook 360 grad und es wird noch heißer 36 grad heißt der titel von zwei raum wohnung gut aber darauf will ich gar nicht hinaus denn ich will auf 360 grad hinaus du kennst 360 grad ich kann 360 grad und facebook kennt jetzt auch nicht 360 grad das heißt du nimmst einfach dein smartphone in die hand stellt panorama foto ein und machst erst mal ein schönes panorama foto und dann hast du die möglichkeit einfach mal 360 grad auf diesem foto die die umgebung anzugucken ja wie krass ist das denn facebook hat also endlich geschafft facebook noch größer zu machen unglaublich man darf nicht vergessen dass youtube schon mal die 360 grad videos eingeführt hat weil man halt irgendwie sechs gopros aneinander geschraubt hat und dann halt den 360 grad blick hat das geht natürlich heute alles ein wenig anders aber der punkt ist einfach dass du für diese 360 grad foto geschichte keine extra app brauchst du brauchst kein extra gadget du nimmst einfach dein smartphone gehst auf panorama foto schießen und dann schießt du dann 360 grad foto und jeder andere auf dieser gottverdammten welt hat die möglichkeit endlich auch deine umgebung wahrzunehmen in der du dich gerade befindest wie krass ist das denn bitte gut ich habe es irgendwie noch nicht hingekriegt bei mir scheint es nicht zu funktionieren ich bin ärgere mich auch richtig weil ich wollte schon vor drei tagen sowas posten aber irgendwie geht es bei mir nicht was hältst du dann von dieser geschichte machst du sowas in der art schon mit videotechnik also quasi mit mehreren kameras oder mit einer kamera dieses alleine drauf hat oder nutzt du irgendwelche apps die in diese richtung geht beziehungsweise findest du es geil dass facebook jetzt 360 grad fotos wieder geben kann poste es mir unten in die kommentare echt jetzt nein hör auf niemals niemals glaube ich dir das also wenn dann kann das nur ein profi gemacht haben denn nur profis machen richtig geile fotos egal in welcher hinsicht egal ob auf einer hoffzeit auf einem geburtstag oder halt von irgendwelchen menschen das kann niemals sein niemals glaube ich hier das aber doch du musst es mir glauben ich muss es mir selber glauben denn regina wiley ist gerade mal neun jahre alt und schießt solche genialen fotos also man kann ja man kann ja ganz ehrlich sein wie kann man denn bitte mit neun jahren schon so ein krasses auge für richtig gute bilder haben ja der punkt ist einfach sie ist die tochter von kevin wiley und kevin wiley ist schon seit jahren ein professioneller fotograf der auch in den usa einen etwas größeren namen besitzt und von daher war sie halt sehr sehr oft auf jeden fall auf irgendwelchen fotoshootings dabei sie hat also quasi von einem großen professionellen fotografen gelernt ihrem eigenen vater und dabei entstehen so geile bilder also wenn ich mal überlege dass ich mit neun jahren noch überhaupt nicht so weit gewesen bin überhaupt so weit zu denken dass man das foto in dem goldenen steht oder die person so und so zu fotografieren hat und so weiter und so fort gut ich hatte auch noch keine spiegelreflexkamera und gut es war auch nur ein film eine 35 mm kamera mit film reinlegen ohne fokus und so einfach abknipsen so das war halt das fotoapparätchen was ich hatte nix mit blende und unscharf und scharf und schärfentiefe und so weiter und so fort gab es nicht von daher großen respekt regina großen respekt dass du mit neun jahren schon solche genialen fotos schießt das ist echt der hammer also wenn ich dein vater wäre wäre ich komplett stolz auf dich das ja also ne und ich glaube die die wird auch noch mal richtig groß werden die die wird richtig groß werden wenn sie denn möchte und sie wird noch geilere bilder schießen als sie es jetzt schon macht denn wenn man das auge des vaters geerbt hat dann kann es einfach nur geil werden was hältst du denn von solchen jungen fotografen meinst du wirklich man sollte schon unter zehnjährigen beziehungsweise überhaupt so jugendliche an eine fotokamera lassen um auf einer hochzeit zu fotografieren alles andere ist ja vollkommen okay aber eine hochzeit ein tag der für die ewigkeit steht ein tag an dem sich das brautpaar immer ändern will schon fotos von einer neunjährigen machen zu lassen ist schon heftig was hältst du davon schreibst mir unten in die kommentare nico und sony bekommen jetzt konkurrenz und zwar mal wieder von pentax pentax hat jetzt endlich mal wieder eine neue kamera auf den markt geschmissen und zwar die 70 eine mittelklasse kamera die aber so gut ist dass man sich überlegen sollte ob man sie sich nicht zulegt denn mit 24 megapixeln ein viso wert so maximal wert von 102 1400 ist sie doch schon mal recht gut und zudem besticht sie mit ihrer pixel schiff technologie so dass du noch schärfere bilder aus deinen ideen heraus kreieren sollst das ganze kostet nur 699 euro und das damit wirklich ein schnäppchen okay gut wenn man noch ein wirklich gutes objektiv dazu haben möchte dann kostet das ganze schon mal 999 euro aber am ende ist man doch schon am überlegen ob man zwischen canon nikon sony und pentax wird wobei man könnte auch einfach nur pentax nehmen also ich finde es auf jeden fall grandios dass pentax neben canon sony und nike in den kameramarkt belebt und somit man sich wirklich entscheiden muss wo in welche richtung gehe ich jetzt was nehme ich jetzt krasser scheiße auf jeden fall respekt für pentax dass pentax immer noch da hinterher ist und niemals aufgeben wird höchstwahrscheinlich kameras zu entwickeln und kameras auf den markt zu schmeißen ich finde es richtig gut 699 euro sind sicherlich auch gut angelegt wobei ich mir definitiv nie eine pentax kaufen werde nichts gegen pentax davon ab aber es ist halt nicht mein metier und wobei ich natürlich gerne wissen wollen würde wer von euch da draußen würde sich denn diese pentax zulegen ich weiß es gibt da ein zwei leute die schon eine pentax besitzen aber würdest du dir genau diese pentax kaufen dann schreibst du doch mal unten in die kommentare also ich muss ja eingestehen ein bisschen leidisch bin ich trotzdem weil mit neun jahren welche auch gerne soweit gewesen und hätte schon richtig geile foto schießen wollen aber gut man kann nicht alles im leben haben jeder lebt sein leben anders und die kleine die wird glaube ich noch mal richtig geile bilder machen sollte dir diese foto gefallen haben dann würde ich mich über den daumen nach oben freuen und den kanal kostenlos abonnieren damit du auch gar kein video mehr verpasst teile das video doch mit deinen freunden damit auch die wissen was gerade so ein fotografieuniversum abgeht und dann gibt es hier auf der seite zwei weitere foto videos die sich definitiv auch noch dann noch mal reinschauen und für heute wünsche ich dir einen schönen tag einen schönen Abend einen schönen Abend was auch immer wir sehen uns im nächsten video machs gut machs besser ciao ciao